Musik Oh fuck Musik Ja Ja die Zähne kam richtig schön Kam richtig genial Scheiße An Mitte 10 hat ja in dem Moment auch keiner gerechnet. Weil man muss ja auf eine Million Sachen gleichzeitig aufpassen. Immer. So in etwa. Drüberspringen. Wieder drüberspringen. Nochmal drüberspringen. Nochmal drüberspringen. Tschüss. Ah. Aua. Meine Hand. Ich hab schon wieder einen Krampf. Naja gut. Mit dem Wandmashing hier ist das auch kein Wunder. Ich glaub niemand würde mir meinen Krampf übel nehmen. Halt's Maul. Ich crush gleich deine nicht so tiny bones. Aua. Muskelkörder hab ich auch noch wegen meinem Personal Training. Ja ich mach Personal Training. Zumindest ein bisschen. So. Ich werde dich kaputt hauen. So. Ich will die ersten Flammen abwarten. Nicht die. Nur damit der zweiten nochmal kommen. und die dritten. Und der hat noch schneller ballert. Und ich das nicht so wusste. Und ich ins Feuer springe. Und ich dämlich bin. Und ich dämlich bin. Mach dich sowas von kaputt du Arsch. Ich hatte ihn noch vorhin fast. Oh nein. Was misslingt mir natürlich? Was misslingt mir natürlich? Der Seitenwechsel. Dem hab ich ja schon immer gehabt. Tschüss. Und zwei, drei. Hoppa. Und tschüss. Ja. Tiny bone sagt er sogar nur. Ich guck nebenbei so ein bisschen die Simpsons an. So hin und wieder mal hinschauen. Ich will nur dieses Endsperrmian mitballern. Genau. Klar. Komm mit dem Feuer an. Nein. 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 Boah, Mann. Wenn man durch den elenden Seitenwechsel nicht immer misslingen würde. So. Drüber springen, totballern. What? Ey! Na klar! Natürlich! Hab ich dich diesmal eben nicht getroffen. Du kannst mich auch mal... Kreuz. Meise. Vater. Gevatter tot. Tot, das wäre sogar noch ein Kompliment für dich, du Arsch. So. Boah. Nein! Oh, fick dich, ey. Ja, ist so wurscht. Hauptsache, es funktioniert. Jawoll. 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 Ah. Aua, 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 meine Hand. Aua, meine Hand. Ne, 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 ne. Aua, crush your tiny bone. Ja, ich weiß. Das hättest du wohl gerne, ha? Nein, aber ich bring dich lieber... Ich bring mich lieber selber um. Hui. Will nur erstmal die Spermien wegmachen. Will ich dem Feuer ausweichen? Will ich nochmal dem Feuer ausweichen? Nicht. Möglichst den Zähnen ausweichen! Ich war fick die Zähne! Kannst du nicht mal zum Zahnarzt gehen, du Ficksarsch! Mann! Es kotzt mich langsam an! Es kotzt mich langsam echt an! Mal wieder! Das ist kein Wunder! Niemand wird mir so verübeln, glaube ich, wenn ich dieses Spiel hasse! Tschüss! Gib her! Naja, wenigstens gibt es ein bisschen Muckis. Aber derbst! Wer braucht schon Liegestütze? Wer braucht schon Handeln heben? Nein! Zockt! I wanna be the guy! Kommt so viel Button-Mashing vor, der kriegt der Muckis wie sonst was! Mhm, das war nicht so doller. Ich hab mir da Zeit gelassen hab dafür. Das könnte schon gewesen sein, wenn ich Pech hab! Nein! Glück gehabt! Aber ganz knapp! Ganz knapp! So! Nur den erstmal totballern. Aha, das war nicht so gut. Nein, das war gar nicht gut. Ähm. Okay. Oh, klar. Natürlich. Die Zahnarmee! Die Zahnarmee killt mich wieder! Der ich auch so toll ausweichen kann! Und dann bringe ich mich selbst um wegen den Flammen und dann werde ich ja aggressiv! Und das ist ja alles, was ihr so wollt! Ihr liebt mich ja so aggressiv! Zumindest einige von euch! Äh! Ficken! Mega-Ficken! Hyper-Giga-Träger-Ficken! Hyper-Giga-Träger-Ficken! Ich hab's langsam satt! Ich mein, hallo? Er kotzt mich langsam an! Er kotzt mich langsam echt einfach nur an! Er ist wirklich nicht so schwer eigentlich! Ich baue nur wieder Scheiße! Ich baue nur noch an! ja 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 wohl ja wohl klasse ist so ungünstig was was wieso wusste ich dass das jetzt kommt wieso immer wenn alles perfekt läuft kommen diese verwechsten zähne immer wenn ich ihn mal habe kommen diese verwechsten zähne an immer wenn ich ihn mal habe kommen diese verwechsten zähne an nö einfach nur nö einfach nur fuck miss drecksrotz scheiße ich dachte jetzt in der daneben geht ja komm mach hin ich kenne deine wichs fresse ich weiß was du machst ja als maul noch dazu ist endlich mal ein paket angekommen von den armen aus dem ami lande ja ich habe mal was aus dem ami land bestellt was schönes feines aber das werde ich euch nicht sagen was ganz geheimes das war nicht so gut und gleich bin ich in part drei part vier weil ich werde wieder elf minuten schneiden na komm na ja das will ich ein bisschen umgehen ja